Servus, grüß euch. Ich bin der Waldorf von der Zentrale und mit meiner Tochter da miteinander. Wir haben heute ein zehnjähriges Jubiläum. Das Wetter hat mir, glaube ich, nicht mitgespielt, aber ich glaube, ich hätte jetzt aufgenommen zu den Regen. Es sind brutal super schon viele Leute da und spielen jetzt gerade die Dolomitenbömer noch bis neun und danach die Baggerbömer und danach werden wir noch eins trinken mit mir. Jetzt muss ich noch ein bisschen hinterheben, aber ich glaube, wir haben ein tolles Fest da und wir werden das dann ausklingen lassen bis eins, zwei in der Nacht.